Dear Mr. Präsident, mein Name ist Nana Lifestyler Domena. Ich weiß, ich bin der Mann, der sehr viel postet über die Portale Nana Lifestyler, Nana Quase, Nana Domena, Nana TV, Lifestyler TV, Business Thämen und, und, und. Du gibst mir auf vielen Wegen Tipps. Wir machen sehr viel Sport gemeinsam. Und vor allen Dingen habe ich eins zu dir gelernt. Ich habe gelernt, mit dir die große Welt zu bereisen. Heute ist eigentlich ein Tag, den wir bejubeln sollten. Heute ist ein Tag zum Feiern. Aber das, was wir jetzt gleich sehen, in dem nachfolgenden Film, das hat mit Spaß nichts zu tun. Eher im Gegenteil. Ich habe mir gedacht, ich haue die Bilder einfach raus, kurz vor der Jahreswende, weil das wollte ich schon immer mal tun. Hier ist der Film. Hallo, die Belgien. Hallo, Brüssel. Wir begrüßen die Union Sainte-Jüloise für die 2e Division. Hier sind Jury und Nani. 2e Division, das ist gut. Bravo. Bravo. Oh 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 Ici, Sainte-Saint-Gilet, ici, ici, Sainte-Saint-Gilet, ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501